Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich eine ganz neue Ölmischung, so random. Und ja, die möchte ich gerne mal mit euch ausprobieren. Das ist eine ganz tolle Mischung, die dich einfach unterstützt, gerade jetzt in der schwierigen Zeit, vielleicht einfach mehr loszulassen, mehr zu vertrauen, die Führung auch mal abzugeben, weil wir werden alle geführt und manchmal ist es ganz gut, je nachdem in welchem Gefühl man gerade feststeckt, ob das jetzt Ängste sind, Wut, Neid oder alle möglichen Gefühle, wo du einfach schwierig wieder rauskommst, ist es manchmal ganz gut, einfach in die Stille zu gehen und die Führung einfach eine höhere Instanz abzugeben an die geistige Welt und einfach zu vertrauen, dass wir alle geführt sind und dass alles, was passiert, zu unserem Besten passiert. Und es ist ja wirklich auch ein beruhigendes und gutes Gefühl, wenn man einfach mal loslässt und einfach darauf vertraut, dass alles gut wird und dass wirklich alles, auch wenn es noch so schwierig und dunkel erscheint, wirklich nur zu unserem Besten passiert. Weil jeder Transformationsprozess ist einfach auch mit viel Dunkelheit und mit vielen Ängsten verbunden. Und wie jetzt auch im Herbst die Blätter von den Bäumen fallen und alles ganz trist und karg aussieht, kommt nach jedem Herbst, nach jedem Winter, auch wieder der Frühling und der Sommer. Nach jedem Gewitter, nach jedem Sturm scheint auch wieder die Sonne. Und so ist es auch, wenn die größte Dunkelheit da ist, dann kommt danach auch wieder das schönste, hellste Licht. Und deswegen ist es einfach eine schöne Vorstellung loszulassen, zu vertrauen, uns führen zu lassen und einfach mal die Kontrolle ein bisschen abzugeben. Surrender ist eine Mischung aus drei ganz beliebten und bekannten Ölen. Einmal Lavendel, die römische Kamille und die Blaufichte. Dann ist noch als Bestandteil drin Angelikawurz. Aus der Angelikawurzel wird das Öl gewonnen und dieses Öl wird auch das Öl der Engel genannt. Und es schenkt einem Sicherheit, Geborgenheit, Vertrauen und somit unterstützt die Mischung auch einfach wieder in die Balance zu kommen, die Kontrolle so ein bisschen abzugeben und einfach darauf zu vertrauen, dass alles gut und richtig genauso ist, wie es jetzt im Moment passiert. Zitrone ist auch noch mit drin. Zitrone ist sowieso ein gutes Launeöl, zaubert immer ein Lächeln auf die Lippen. Und deswegen darfst du es aber auch nicht auftragen, zum Beispiel ins Gesicht oder auf die Haut und damit in die Sonne gehen, weil Zitrone ja UV-sensitiv ist und dann können eben Pigmentflecken entstehen. Also da muss man schon dann so 12-24 Stunden warten, bevor man wieder in die Sonne geht. Deswegen würde ich es lieber sowieso auf die Chakren auftragen und am besten hier rund um den Bauchnabel. Das ist eine besonders gute Stelle. Ich mache mir mal einen Tropfen jetzt hier auf die Hand. Vielleicht kannst du sehen, es ist blau, das kommt von der römischen Kamille. Ich aktiviere es jetzt rechtsdrehend und inhaliere es ganz tief. Dann reibe ich es hier auch noch rund um meinen Bauchnabel und lasse es einfach tief wirken. Der Duft, finde ich, ist total überraschend, weil er sowas blumiges, frisches, aber auch, ja, die Kamille, finde ich, kommt so ein bisschen durch, aber auch so die Fichte, das baumige, erdende. Mal schauen, ob meine Ponys auch mögen. Die sind nämlich oft ganz begeistert auch von den ätherischen Ölen. Ja, und ich würde jetzt auf jeden Fall, das mache ich jetzt auch gerade, die Anwendung 28 Tage lang durchführen. Jeden Tag das Öl hier rund um den Bauchnabel auftragen, ganz tief inhalieren. Du kannst es auch auf die Fußsohlen auftragen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du mir dann berichtest, wie du dich damit fühlst, was dir vielleicht passiert ist. Und wenn du es mal riechen möchtest, schicke ich dir auch gerne duftende Post. Schreib mir einfach und ich würde mich freuen über ein Like und wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen auf meinem Kanal. Bis dahin. Ciao. Ciao.